Musik Sonne, Sand und Meer, Ferienmusik. Dieses Motto des Fidulino-Kinderkonzerts nahm die Vorfreude des jungen Publikums in der Festhalle Viersen wunderbar auf. Claudia Runde hat das klassische Stück in Szene gesetzt. Vergnüglich wandeln Piotr Ranjo und Claudia Runde mit Akkordeon und Flöte am sonnigen Strand und genießen die Seeluft. Musik Der Bademeister gesellt sich zu den musikalischen Touristen. Was ist das denn schon wieder? Jetzt schläft ein Fehling, das in der prallen Sonne ohne jeden Sonnenschutz. Begleitet von Fagott und Akkordeon nimmt Claudia Runde das kleine Publikum mit zur Strandgymnastik. Gemeinsam mit den Jungen und Mädchen inszeniert Claudia Runde ein heftiges Unwetter mit Stampfen, Klatschen und Klopfen. Auch beim Papierballtanz machen die Kinder freudig mit. Fleißig bringen sie den Wellengang für eine Bootsfahrt in Schwung. Musik Dann wird es spannend. Claudia Runde schwimmt zu weit ins Meer hinaus, obwohl sie doch in der Nähe der Musik bleiben soll. Doch sie wird gerettet. Gemeinsam mit den Kindern tanzt, wiegt und dreht sie sich, um sich aufzuwärmen. Musik Die vier- bis sechsjährigen Kinder sind von diesem Strandurlaub mit klassischer Musik und vielen Mitmachelementen sichtlich begeistert. Musik 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 Vielen Dank.